Peace, Freunde der gepflegten Investition. Es ist wieder soweit, wir haben sehr, sehr gute Nachrichten zu Ripple bzw. XRP. Zum einen können wir hier mal drauf schauen, SEC zieht die Klage gegen die Ripple-Führungsetage zurück. Also hiermit ist natürlich Brett Garlinghaus und Chris Larsen gemeint. Das werden wir uns gleich mal in Ruhe anschauen. Zum anderen ist ja auch schon länger geplant, dass Ripple an die Börse geht. Ich meine, wir hatten hier nochmal einen Artikel, wo Brett Garlinghaus sich auch nochmal gegenüber CNBC geäußert hat zu dem Ganzen. Jetzt kamen auch nochmal ein paar andere Sachen ans Licht, da werden wir gleich nochmal drauf schauen. Und ja, ich würde sagen, bevor wir loslegen, natürlich für alle, die weiterhin an XRP belieben, an XRP glauben, sehr, sehr gerne Däumchen hoch da lassen. Und wenn wir uns nachher nochmal eine kleine Preisanalyse von einem Chart-Analysten anschauen werden, schreibt natürlich gerne eure Prognose mal rein. Denn was vermutet ihr bis zum Bullrun? Was ist möglich? Seid ihr noch in XRP investiert oder sagt ihr, du, mir ging das jetzt alles so lange, ich habe mein Geld da rausgezogen, ich war seit 5 Jahren auf einem All-Time-High. Kein Bock mehr auf den ganzen Mist. Gerne eure Meinung mal in die Kommentare, ich bin gespannt. Schauen wir aber als erstes mal auf den möglichen Börsengang. Ich meine, hier wurde damals ja auch schon drüber spekuliert, beziehungsweise wir hatten es hier auch schon mal auf dem Kanal angesprochen, vor ein paar Jahren, wo ich auch gesagt habe, klar ist XRP als Kryptowährung mega interessant. Aber meiner Meinung nach könnte das Ganze auch, wenn sie an die Börse gehen, noch spannender werden, um halt irgendwo nochmal anderweitig mit dem Ganzen mitzuverdienen. Und dann eben nicht nur von XRP zu profitieren, sondern auch eben von einem möglichen Börsengang. Ich meine, jetzt hatte ja Brett Garlinghouse eben das Interview mit der CNBC, wo er auch nochmal gesagt hat, also er sieht die Chancen sehr, sehr hoch, dass bis Jahresende das Ganze vom Tisch sein wird und dass er dann das Ganze angehen wird, zwecks Börsenlistung etc. Also er hat hier eben auch nochmal gemeint, danach werde das Unternehmen eine öffentliche Notierung prüfen. Zudem sind die ganzen Investoren natürlich auch mega heiß auf das Ganze, weil sie natürlich auch das Potenzial von XRP erkannt haben. Ich meine, auch jetzt in letzter Zeit, es werden ja immer mehr Banken ongebordet, teilweise natürlich auch riesige Namen und ich hatte es schon ein paar Mal auch im Stream erwähnt. Ich meine, wenn du erstmal die großen Fische an Land gezogen hast, dann wird es natürlich umso leichter, die kleinen dann auch noch mit einzuspeisen. Was das Ganze jetzt eben nochmal verhärtet, das ist jetzt eben nochmal eine neue Ergänzung, sage ich jetzt mal dazu. Stellenausschreibungen mit Andeutung hier von Cointelegraph, wo auch nochmal Ripple am 16. Oktober Stellungenausschreibungen online gestellt hat, wo ein Senior Manager für Aktionärskommunikation gesucht wird, also innerhalb der USA und außerhalb der USA. Da haben es natürlich dann auch viele direkt vermutet, okay, das ist jetzt der Hinweis, dass es definitiv an die Börse geht. 100% ist das nicht, aber es geht schon stark in die Richtung. Man könnte es vermuten auf jeden Fall, haben auch einige Leute dazu direkt getweetet. Ja, was meint ihr? Gehen wir bald an die Börse mit Ripple oder ist das alles nur Humbug? Auf jeden Fall das dazu. Kommen wir aber zur noch wichtigeren News meiner Meinung, und zwar SEC zieht Klage gegen Ripple Führungsetage zurück. Ihr seht es hier nochmal, hier geht es wie gesagt natürlich um Brett Garlinghaus und Chris Larsen. Wir haben natürlich auch einen Tweet von Brett Garlinghaus zu dem Ganzen. Ihr seht ihn hier nochmal übersetzt, ich werde ihn euch aber auch nochmal schnell vorlesen. Und zwar, ganz im Ernst, Chris und ich, in Klammern, in einem Fall, in dem es nicht um Betrug oder falsche Angaben ging, wurden von der SEC in einem rücksichtslosen Versuch ins Visier genommen, uns und das Unternehmen, an dessen Aufbau so viele über ein Jahrzehnt lang hart gearbeitet haben, persönlich zu ruinieren. Die SEC hat wiederholt den Ball aus den Augen verloren, während sie sich heimlich mit Leuten wie SBF traf und es immer wieder versäumt, die amerikanischen Verbraucher und Unternehmen zu schützen. Wie viele Millionen Steuergelder wurden verschwendet? Es ist ein gutes Gefühl, endlich Recht zu bekommen. Kann ich ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut verstehen, weil ich denke mal, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was das dann für ein Druck ist, an seiner Position über diese lange Zeit mit solchen Gerichten und solchen ekelhaften Leuten, wie da teilweise rumsitzen. Ich denke, ihr wisst, von wem ich spreche. Hashtag Gary. Dann ist das natürlich schon irgendwann sehr nervenaufreibend. Und ich denke, irgendwann macht dich das dann schon auch mental schon gut kaputt. Also ich denke, er ist zwar auch extrem überzeugt von der ganzen Sache, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also das ist schon hart, auch für jemanden wie ihn, denke ich. Aber wir gehen auf jeden Fall hier in die richtige Richtung. Und wir haben dann hier auch nochmal Hogans Meinung zum Fall. Also er sagt hier, der Fall ist komplett abgeschlossen. Es gibt hier kein Bedenken mehr. Die Zeit des Händeringens, wie er es hier beschreibt, über diesen Fall ist vorbei. Also er ist hier 100% der Meinung, das Ganze ist jetzt sowas von vom Tisch. Wir können jetzt eigentlich schon die Champagnerflaschen aufmachen und let's go. Dann hat er hier nochmal hinzugefügt, die SEC hat den Rest des Falls abgewiesen, sodass es nächstes Jahr keinen Prozess geben wird. Die Fakten stehen fest, es wird nichts Neues oder Überraschendes ans Licht kommen. Das bedeutet, dass das Gericht in Klammern wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr ein endgültiges Urteil verkünden wird. Nur Ripple muss sich darüber Gedanken machen. Was ich aber hier nochmal deutlich spannender finde, Er hat jetzt hier nochmal zum einen geschrieben, dass er eine Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze wirklich komplett 100% abgeschlossen dieses Jahr passiert, ungefähr bei 18,98% steht. Wie auch immer er darauf kommt. Aber heißt ja auch auf der anderen Seite, dass wir über 80% die Wahrscheinlichkeit haben, dass es eher nächstes Jahr dann 100% vom Tisch ist. Hier habt ihr nochmal den Tweet von Colin Brown. Und dann haben wir hier unten nochmal XRP-Preisanalyse. Da seht ihr dann erst so ein paar technische Indikatoren, potenzieller Nachteil, RSI-Einblicke und kühne Prognosen. Da haben wir nochmal von Pundit, ist ja auch ein Kryptoanalyst. Ich denke mal, viele werden ihn auch von Twitter oder so kennen. Er hat hier nochmal ein Preisziel bei XRP prognostiziert von 13 bis 18 Dollar. Es ist jetzt die Frage, wann er das sieht. Hatte ich jetzt hier nicht rausgelesen. Vielleicht im nächsten Bullrun. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht weiß es jemand von euch oder hat das mehr verfolgt. Schreibt natürlich gerne mal eure Prognose zu Ripple XRP in die Kommentare. Es sieht aktuell sehr, sehr positiv aus. Es geht in die richtige Richtung. Es kann gut sein, dass die SEC langsam auch merkt, okay, wir haben da einige Male gut ins Fettnäpfchen getreten. Macht irgendwie keinen Sinn, was wir hier machen. Und es wäre natürlich für den ganzen Kryptomarkt, für den gesamten Cryptospace, halt einfach einen riesen Schritt nach vorne. Wir hätten dann einen Präsidentsfall, der natürlich dann auch bei anderen Verfahren angewendet werden könnte. Und somit spart man sich da auch in Zukunft einfach extrem viel Zeit. Also es wird, nachdem dieser Fall abgeschlossen ist, nie wieder drei Jahre lang dauern bei einem ähnlichen Fall. Und dann hat man einfach, wie gesagt, diesen Fall so, ich nenne es mal als Schablone und weiß einfach, wie man dort vorzugehen hat. Beziehungsweise dann hat man auch die rechtlichen Sachen viel besser einfach dargestellt, weil es dann eben nichts mehr Neues ist. Also ich bin extrem gespannt, was da noch passieren wird. Wir werden uns heute Abend im Stream natürlich darüber auch wieder unterhalten. Also kommt gerne rein. Wir werden immer Montag und Donnerstag 20 Uhr live sein. Sprich, nachher geht es wieder weiter im Stream. Wir schauen, dass wir auch aktuell immer mal wieder dann auf Twitch rüber gehen. Heißt, wir fangen meistens auf YouTube an, gehen dann auf Twitch rüber. Heißt, Links und alles zu Twitch findet ihr auch in der Videobeschreibung. Lasst sehr gerne ein Follow da und kommt gerne heute Abend in Stream. Ich würde sagen, das war es auf jeden Fall mit dem Video von heute. Wie gesagt, schreibt eure Ripple-Prognose in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall heute Abend im Stream. In diesem Sinne, macht's gut und bis später. Ciao, ciao.